Grüß Sie für euch, unsere Fliegende Neuländer, am Tierenwärtsdraffchen hier, Räum und Rüßel. Natürlich dich gefolgt von ASK-Pelken und dich dahinter, Michelle, die alle drei habt ihr die letzten Jahre schon hier auf unserer oder bei unserer Fakten-Driftshow bewundern dürfen. Die drei wissen wirklich, wie man driftet, wie man ein Auto seitlich nach vorne bewegt und vor allem, wie man schwarzes Gold von weißer Ferne grubbelt und dabei auch noch gut aussieht. Danke euch! Unsere verrückten, durchgekleiden aber sehr, sehr geilen Drift-Jungs aus England, Paul Cheshire. Ich spreche den Namen immer falsch aus, das ist wie gesagt, aber Paul, weil dieses britisch-englisch, das fliegt mir nicht sehr. Dann haben wir für euch eine Lady mit am Start, ganz neu, die Dame im Pink, Kirstie. Einmal schön die Hände hoch und klatschen, dann haben wir für euch natürlich mit am Start, Alan Green, Matt Carter und ganz neu mit dabei, unser 21-jähriger Drift-Nachwuchs, James D., der Name ist Programm. Ich freue mich, dass wir uns bei Mittags ein bisschen aufhören, ansonsten geht ja nichts und ihr müsst auch noch ein bisschen warm werden.